Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass sich jemand das geschnappt hat, aber wem könnte man es verübeln? Meine Hyperion Redbar X2000 mit Quecksilberschleife und Antiständerwand! Oh, die beste Unterhose im Universum, Bro. Und das einzig Gute, was mir Hyperion je gegeben hat. Dafür hab ich mal einen Typen gekillt! Netter Kerl. Nur mal so unter uns. Daher nehme ich meine gesamte Macht. Shhh. Na, das ist doch mal ein schöner Steckbrief. Da kommt die Bluthand richtig gut zur Geltung. Die trage ich seit meiner zweiten Blutfäde. Äh, nein, seit der dritten. Äh, genau. Die zweite war der Krieg, den ich einem Berg erklärt hab. Rate mal, wer von uns noch steht. Nur ein toter Berg ist ein guter Berg! Auf euch wartet meine kleine Freundin! Liebe Mühe! Wo ist der nur hin? Ich kann ihn nicht sehen! Todes Wunsch! Gewährt! Warten! Oh! Ey, das ist mein Lieblings-Support! Oh! Ah! Stärk! Kameradie! Ein edler Geist! Mach doch das jetzt! Was denn? Wüsste ich! Ah! 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 Ein Algumstor! Ah! Ah! Ha, an das Bild kann ich mich noch gut erinnern. Ha, ist echt was anderes als die Banditen-Selfies von früher. Als ich meinen ersten Banditen-Clam gegründet habe, musste man auf sein blutiges Gesicht an einen Felsenrahmen, um ein Abbild von sich zu kriegen. Okay, wir haben tolle Bilder von meinem vollendeten Banditen-Körper. Der 3D-Drucker, der die Statuen von den KDK druckt, ist in der Nähe. Wir scannen die Steckbriefe dort ein, damit wir stattdessen Statuen von mir drucken können. Hey! Du bekommst, meine Verdammten, aus Respekt! Raus zum ewigem Schrott! Riefer, wir können sie nicht! Bleiben wir da! Du bist da! Ich bin eine Einzelne! Teilt die Bequemen! Ich habe keine Angst vor dem Kasten! Der Krieg ist hier zu Ende! Ich hab das Sekret!